Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem neuen Autohaus. Wir sind das Autohaus von Los Santos. Wir laden euch ein zur Neueröffnung am 27.05. um 22 Uhr. Es gibt auch was zu gewinnen, und zwar ein Raiden, voll getunt. Lose bekommt ihr für 15.000 Dollar, maximal drei pro Person. Die Martin Reich Kooperation präsentiert euch dieses Autohaus. Beim Kauf eines neuen Wagens bekommen sie ein gratis Los. Wir haben eine Vielzahl von Fahrzeugen, die wir ihnen zum bestmöglichen Preis anbieten wollen. Wir sind das modernste Autohaus in Los Santos. Kommen sie vorbei, schauen sie rein, besuchen sie uns. Wir bieten ihnen Fahrzeuge an wie die modernsten Elektrofahrzeuge. Muscle Cars, voll tunbar. Oder sie suchen einfach einen Supersportwagen der Super Lativa. Zum Beispiel den XA21. Wir haben alles, in jeder Preisklasse, für jeden was dabei. Unsere kompetenten Mitarbeiter machen mit ihnen die besten Verträge zu den günstigsten Preisen. Haben sie ein Defekt an ihrem Fahrzeug, besuchen sie auch unsere Werkstatt. Unsere fachmännischen Mitarbeiter reparieren die Fahrzeug. Egal ob Motorschaden oder Karosserieprobleme. Ob fehlende Fenster, fehlende Türen. Wir reparieren alles im Autohaus klein. Haben sie eine Panne und kommen sie nicht mehr von der Stelle. Dann scheuen sie sich nicht unseren Abschleppwagen zu rufen. Wir hängen ihr Fahrzeug an den Haken, schleppen es ab, kostengünstig, bringen es in die nächstmögliche Werkstatt und reparieren es direkt. Kommen sie zu uns, Autohaus klein, in Los Santos.